Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer, ich glaube 28 von Astronia. Ja, ich war oben, hab hier den Wagen entladen, die zwei Sachen, der Generator läuft oben und dann ist für die Forschung natürlich Strom da, damit wir das andere Teil auch erforschen können. Dann bin ich wieder runtergefahren und wir sind hier unten vor Ort und Stelle. Wir müssten jetzt noch gerade diese Dinger machen für Strom und ja, sonst müssen wir gerade nichts machen, glaube ich. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal, dass wir diesen Rucksack da hinten wegkriegen und schauen, wie es dann weiter noch geht. Also, ja. Warte nochmal und dann machen wir gleich noch zwei. Zehn, alles klar, bis gleich. Ne, neun sind's. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier den Rucksack wieder aufschnallen und dann gehen wir hier weiter. Das ist die Linie. Ja, das sieht so aus, dass... Ne. Dann machen wir da einen Tee hin erstmal. So, hier wollten wir lang. Der Rucksack ist da und hier war ein tiefes Loch. Geht's denn da runter? Sehe ich noch nicht. Machen wir gleich, wenn wir den Rucksack haben. So, der ist jetzt hier. Verlassener Rucksack, Astronair-Druck, 4429. So, was haben wir denn hier? Verbindung. So, ob wir gar keine gehabt hätten, ne. Leuchtfeuer, okay. Kleiner Kanister, okay. Sauerstofffilter, okay. Äh, ja. Nochmal so ein Leuchtding. Stromverlängerung haben wir auch noch. Was ist das? Kleine Quietschruppe, okay. Ist alles auf den Rucksack gegangen. Sieht wohl so aus. Hier ist noch was. Oh, das ist ja cool. Jetzt haben wir viel mehr Licht. Ich glaube, das hat der Mordrak schon mal erzählt, oder? Kann das sein? Ah, da geht es tatsächlich noch weiter runter, ne? Ja, sollten wir mal eine Entdeckungstour gleich machen, wenn wir die Sachen weg haben. Einmal zum Fahrzeug zurück, weil da müssen wir jetzt was ablegen. Oder hier hin. Ja, das können wir. Stell das mal da hin. Und das still auch da hin. Dann sind wir schon ein Stück weiter. Zudem, ach, warte mal, hier ist auch noch was runter, dann geht es auch nochmal runter, oder? Okay. Hier gibt es keinen Sauerstoff, keine Verbindung, oder? Okay, das heißt, wir müssen hier eins hinsetzen. Okay, da unten ist noch mehr, und da geht es auch ganz schön runter. Okay, dann hier wieder einen hinsetzen. Kriegen wir das hier mit der Schräge hin. Ja. Vielleicht sollten wir die Schräge so weiter ansetzen. Hier kommen wir weiter, da unten ist noch ein Generator. Der sitzt nicht richtig, da sitzt er richtig. Ich glaube, jetzt müssen wir sowieso ein bisschen Umschwung machen hier. War das jetzt hier alle? Sieht so aus. Das heißt, wir müssen erst was abbauen. Nee, so. Haben wir kein Material mehr, dann müssen wir abbauen, damit wir Material kriegen. Zum Weiterbauen. So, V. So, jetzt sind wir unten, glaube ich. Da ist schon wieder so eine Kapsel. Geht hier noch was? Nee, geht noch nichts. Da geht's. Da geht's. So, und tiefer geht's auch noch, oder was? Wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Und gucken hier. Ah, da geht's tatsächlich noch tiefer. Hier wurde auch irgendwo eine Kapsel, die geblinkte, da. Harz ist da noch. Achso, da ist er schon. Nee, das wollte ich nicht. Einen von den beiden wollte ich, um den dann da hinzustellen. Und den müssen wir nachher herzustellen. So, weiter gucken. Der braucht Energie. Mann. Äh, ja. Mach das mal lieber so fertig. Nee, nicht den, den. Okay, da gibt's schon kein Strom mehr, bis hierhin. Okay. So, er braucht auf jeden Fall Strom zum Öffnen. Und hier sind weitere Ressourcen. Aha. Gemisch. Da hinten ist, glaube ich, Zinkblende, oder? Und dann geht's da noch weiter runter. Ja. Da ist Zinkblende. Das war Gemisch. Harz. Ja. Und hier kann man abbauen, ne? Nee, der war schon richtig da. Ja, ja. Na, müssen wir mal gucken. Hier geht's weiter rein, dann. Ja. Ja, wie krieg ich das jetzt da am besten hin? So, nee. Fall ich da runter? Könnte ich. So, das T haben wir da. Wir gehen weiter hier lang. T. Da unten sieht's nach Laterit aus. Aber hier ist noch eine Kante. Oh. Ja. Der ist zu nah dran, ne? Weiter geht's. Ne, nicht Rucksack, eh wieder. Hier war falsch. Also E war schon richtig, aber die Auswahl war falsch, ne? So, hier ist Laterit, hier ist Harz. Dann seh ich nochmal wieder Laterit, ist doch Laterit, ne? Ja. Da ist das Harz. Und da geht's auch noch wieder runter, ne? Na, dann sind wir hier. Haben kein Material mehr, das müssen wir jetzt erst wieder, wenn, abbauen. Geht's denn noch tiefer hier? Ja. Kommt da gleich auch noch ne Höhle. Sieht jetzt gerade nicht so aus, ne? Aber da geht's doch weiter, oder? Geht's da noch runter? Ne. Hier geht's hoch. Hier sind wir wieder durch, okay. Das war nur ein kleiner Kreis, aber wir brauchten Sauerstoff, das war schon mal wichtig, ne? Jetzt müssen wir mal da weiter expeditionieren, aber ich sag mal, wir müssen gucken, dass wir nachher wieder zurückkommen, unser Fahrzeug haben, ne? Aber wir haben keine Dinger mehr. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht mehr. Gut, das bedeutet, wir gehen zurück, schauen zu, dass wir unser Fahrzeug wiederkommen, bauen dann vielleicht die Rampe besser aus, damit wir hier mit dem Fahrzeug hinkommen, ne? Weil, das müssen wir ja auch noch sehen, dass das klappt. Hier solche Stählen, die hier stehen, müssen weg. Hier sieht's auch gerade nicht so prückelnd aus, darunter zu fallen, wäre jetzt vielleicht das Todesurteil. Wir müssen nur gucken, wo unser Auto mal jetzt ist, langsam. Hier können wir neue Dinger bauen. Sag schon, äh. So, da kriegen wir schon wieder welche zusammen. So, zwei reichen mir erst mal. Rucksack aufbauen und dann hier einmal, zweimal. So, dann haben wir die schon mal. Können jetzt aber den Rucksack wieder einpacken und gehen nochmal zum Fahrzeug hin. Hier kann eigentlich auch weg, wir müssten eigentlich relativ nah beim Auto sein, ne? Hier zurück. Steht das hier irgendwo? Ich glaube, hier muss es irgendwo stehen, oder? Oder auch noch nicht? Ne, auch noch nicht. Ui. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier gleich rüber sind, das war dieses große Loch, was so tief war. Da müssen wir hin. Hier muss es gleich um die Ecke stehen, meine ich. Auf jeden Fall sind hier die Lager. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau überhaupt macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.